Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 473. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo, hallo. Und die werte Frau Patizia. Hallo. Der Rest lässt sich entschuldigen, weil entweder auf Live-Terminen krank oder die Alex lässt Grüße ausrichten an die Deutsche Bahn, die sich mal überlegt hat, sie fährt nur bis Hannover zurück und nicht komplett bis nach Frankfurt. Die sitzt da jetzt irgendwo fest. Hört aber vielleicht dazu mal sehen. Ja, wir wollen heute ein bisschen mal wieder über Fußball spielen. Wir haben den Rückblick gegen Fürth auf dem Zettel und dann noch viel wichtiger den Ausblick auf Spiele gegen Barcelona. Aber bevor wir dazu kommen, machen wir hier natürlich ein bisschen Housekeeping, weil auch in den zwei Wochen, wo wir jetzt nicht aufgenommen hatten wegen Länderspiel, dies, das, habt ihr uns natürlich weiterhin unterstützt, wofür wir sehr, sehr, sehr dankbar sind. Und wir möchten diese Woche stellvertretend für alle anderen Supporter und Supporterinnen, den Christian und die Christine erwähnen. Die haben uns eine kleine Sonderspende zukommen lassen und wir sagen danke dafür. Und wenn ihr da draußen uns auch unterstützen wollt in den nächsten Folgen, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr neben allen Folgen und allen Links zu den Sendungen auch eine Seite mit Support, Informationen, PayPal, Banküberweisungen oder auch andere Möglichkeiten, je nachdem, was euch da passt. Und wir sagen danke. Mega geil, danke euch. Genau. So, und dann lasst jetzt mal auf die Spiele gucken. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem trockenen Spiel an. Sonntag durfte die Eintracht ran gegen den Tabellenletzten. Ich würde es jetzt mal abstempeln unter redlich bemüht, aber am Ende erneut wenig Ertrag. Wie war denn so eure Stimmung nach dem Spiel? War das jetzt, also geht da jetzt noch was in der Liga oder war das jetzt so ein Stempel drauf und das war es, Marvin? Oh, ehrlich gesagt, tue ich mir da wirklich schwer, weil ich muss schon sagen, dass für mich die drei Punkte eingepreist waren gegen Fürth. Natürlich, ich will jetzt den Gegner nicht despektierlich behandeln und sehe natürlich, dass sie sich eigentlich ganz gut in die Liga hineingekämpft haben, aber machen wir uns trotzdem nichts vor. Die werden absteigen und die haben erst einen Auswärtspunkt geholt, bevor sie nach Frankfurt gekommen sind. Und da war für mich schon klar, das musst du, egal wie, einfach gewinnen. Dass die Eintracht das erneut nicht geschafft hat, schmälert, hat leider die Chancen, in dieser Saison noch ein bisschen was zu erreichen. Denn, na klar ist es eng, na klar ist es mit Köln mit 40 Punkten, Union mit 41, die sind alle noch nah dran. Also wir haben noch wirklich jede Möglichkeit des Zuges zu Platz sieben mit nur zwei Punkten Abstand. Aber es ist natürlich ärgerlich, wir können lange darüber reden, wenn du die Punkte halt einfach nicht holst. Klar, hättest du jetzt gewonnen, wärst du in einer sehr guten Ausgangslage und könntest vielleicht überlegen, mit Hoffenheim, die langsam ja wirklich anfangen ein bisschen zu schwächeln, die vielleicht noch zu holen, damit du zumindest auf die Sechse kommst. Aber wenn du das halt nicht machst und gegen Fürth nicht gewinnst, ja dann wird es halt am Ende vielleicht einfach wirklich zu schwer. Patrizia, woran hat es gelegen? Hauptsächlich an dem Thema, dass wir erneut ohne Stürmer gespielt haben oder gab es andere Gründe? Ich glaube, es sind die gleichen Gründe, über die wir schon die ganzen letzten Wochen geredet haben und Monate schon. Also klar, man merkt, dass da einfach dieser Killer-Stürmer vorne drin fehlt. Ja, und dann machst du halt deine Chancen nicht. Ich finde die Abwehrstand gut, da kann man zumindest mal Lob aussprechen, aber das reicht dann halt nicht, wenn du gegen einen Gegner, klar ist es nicht leicht gegen einen Gegner wie Fürth, der sich dann auch so natürlich hinten ein bisschen reinstellt und auch selbst versucht, hinten dicht zu machen, was ja scheinbar funktioniert hat. Aber ja, ich finde, es ist klar, es liegt an einem Stürmer und es liegt auch daran, dass man eben, ja, sich die Chancen nicht zu Ende ausspielt, würde ich sagen. Also du hast immer diese Halbchancen im Spiel, wo du denkst, ja, irgendwie eigentlich ist die Eintracht im Spiel und eigentlich macht sie was und ihr sagt tief nach vorne und ihr fällt was ein. Aber so zwingend, wirklich zwingend wird es nicht und dazu fehlt dann auch noch derjenige, der es dann, wenn das mal passiert, vollendet, weil es gibt dann diese zwei, drei Chancen pro Spiel, die wirklich groß sind. Und dann hast du halt eben nicht denjenigen, der die dann auch macht und dann stehst du ohne Tor da. Und das ist halt bitter, vor allem in so einem Spiel, wo man sich, ja, schon, wie Marvin gesagt hat, was ausrechnen muss auch als Eintracht Frankfurter. Also machen wir uns nichts vor, mit dem Kader, selbst ohne Stürmer, musst du es eigentlich gegen Fürth schaffen, so blöd das jetzt klingt. Ja, es ist so, aber du bist ja, genau, das ist es, die sind halt der Tabellen 18. Und dann brauche ich dir jetzt auch nicht künstlich stark reden, sondern muss einfach realistisch sein und muss sagen, okay, die sind Tabellen 18. Da muss ich einfach diese drei Punkte auch holen und das, was mich ärgert, ist ja, was du ja ansprichst. Es ist doch so, dass in der zweiten Halbzeit auch nochmal getrennt und anders sprechen, aber die erste Halbzeit war ja wenigstens so, dass sie zumindest, wenn wir uns nur die letzten 15 Minuten, die erste Halbzeit angucken, wirklich, da hast du vier Chancen gehabt, daraus hätte halt ein Tor resultieren müssen. Du hast in der 30. Minute die sehr gute Möglichkeit gehabt, die Kamada, ja, kläglich verspielt, nachdem Kostic eine sehr gute Hereingabe gibt. Am 41. war es nochmal ein Knauf und dann haben wir eigentlich den versuchten Doppelschlag von Lindström, ja, in der 42. und dann in der 44. Und das sind beides mal ordentliche Chancen und das muss halt einfach sitzen. Und da ist es, weiß ich nicht, ob es auch ein bisschen mit der Konzentration zusammenhängt. Bei Kamada habe ich halt öfter dieses Gefühl, dass da so die letzte Konzentration manchmal fehlt, dass er da zu fahrig ist. Aber das heißt ja, wir haben in der ersten Halbzeit die Möglichkeiten gehabt und haben sie nicht genutzt. Und das ärgert mich halt. Na klar können wir über den Stürmer sprechen, man kann aber auch über die konzentrierteren einzelnen Protagonisten sprechen. Sollte man vielleicht auch, denn auch ein Kamada darf ruhig gegen ein vierten Tor schießen. Ja, ich fand generell, also jetzt, ich will nicht zu sehr auf einzelne Spieler draufgehen, aber bei Kamada, den möchte ich generell nochmal ansprechen, einfach weil ich das schon öfter gesagt habe, man merkt halt, wenn ein guter Kamada im Spiel ist oder eben nicht. Also ich finde, er hat einen starken Einfluss aufs Spiel der Eintracht und das war jetzt eben am Wochenende nicht der Fall. Also er war einfach, ja, in keiner guten Form, hat kein gutes Spiel gemacht und dann merkst du irgendwie auch direkt, dass da irgendwas fehlt. Und zwar genau das Element, was Kamada dann halt mit reinbringen kann, wenn er bei 100 Prozent ist und auch im Zusammenspiel mit Lindström und so. Ich will jetzt gar nicht kleinreden, das ist ja auch einer, der da viel Einfluss drauf hat jetzt neuerdings, ist ja neu dabei, aber Kamada ist halt schon auch ein Leistungsträger. Und wenn der dann ausfällt, also ausfällt, er war da, aber wenn die Leistung ausfällt, würde ich mal sagen, dann merkst du das halt schon. Ja, sehe ich ganz genauso und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, denn im Gegensatz zu Lindström, der spielerisch auch nach der Mannschaft und auch dem Spiel der Eintracht gut getan hat, waren die Impulse von Kamada halt kaum spürbar. Und das ist halt der Unterschied, ne? Also ein Kamada ist dann halt irgendwie nicht sichtbar und die Chancen, die er hat, die werden kläglich vergeben. Lindström ackert viel, vergibt auch viele Chancen, ist aber für das Spiel halt auch anders wertvoll und das ist halt nochmal ein bisschen der Unterschied. Deswegen sehe ich das ganz genauso und das ärgert mich halt und dann ist es aber halt so, das heißt, du gehst mit 0 zu 0 in die Pause und denkst, okay, bisschen regroupen, bisschen neuordnen. Du hast eben schon gesagt, Patrizia, hinten stehen wir gut mit Tuta, Hasebe und Dike Hasebe, der für Hinteregger gespielt hat, der ja leider nicht spielen konnte. Ich glaube, gelb gesperrt, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Gelb gesperrt, ja, korrekt. Genau. Und dann ist es aber trotzdem, brauchst du dir hinten keine Gedanken machen, eigentlich ist alles okay, auch ein Knauf bekommt man seine Möglichkeit. Und dann ist es aber so, dass du im Laufe der zweiten Halbzeit dich nicht so, sagen wir mal, strategisch weiter nach vorne entwickeln kannst, dass du sagen kannst, okay, jetzt entwickeln wir noch ein größeres Chancen-Plus. Ehrlich gesagt habe ich in der zweiten Halbzeit noch mehr das Gefühl gehabt, dass wir hier irgendwie den Dreh gar nicht mehr rausbekommen, weil bis auf die Chance in der 80. von einem wesentlich besser in der Partie befindlichen Patienz hier habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so gesehen oder täuscht mich da mal einen Blick? Nee, das Spiel, also ich glaube, wir waren dann auch so ein bisschen, also es ist jetzt von außen rein interpretiert, aber ich hatte so das Gefühl, wir sind genervt, uns fällt halt immer weniger ein. Und Fürth hat ja auch dann zwischenzeitlich wirklich massiv versucht, hat hinten den Laden dicht zu machen, also die haben ja zeitweise mit einer Fünferkette, davor einer Viererkette quasi niemanden im Mittelfeld und dann Rigota einzig und allein irgendwie 30 Meter vor der Viererkette irgendwie gespielt. Also wir sind in der zweiten Halbzeit definitiv nicht besser reingekommen. Wir hätten aber meiner Meinung nach weiterhin auch Chancen über Standardsituationen in irgendeiner Art und Weise kreieren müssen. Ich meine, wir reden hier über, du hast es vorhin gesagt, über den Tabellenletzten, die müssen wir nicht stark reden. Eine Mannschaft, die in dieser Saison bislang 70 Tore kassiert hat, durchschnittlich in Auswärtsspielen kassieren die dreieinhalb Tore. Also da wäre halt ein Ding mal mindestens irgendwie drin gewesen und wenn es halt aus irgendeiner blöden Ecke ist, also da muss ja eigentlich irgendwo drin sein. Ja, und das ist halt genau das Ding. Das war halt nicht der Fall. Du hast zu wenig Zwink gespielt, du sprichst die Ecken an. Ich habe auch schon mal bei Fußball 2000 angesprochen, dass du aus neun Ecken absolut null machst. Das ist halt im Vergleich zu wenig. Die waren ja nicht mal ansatzweise gefährlich. Nee, nee, nein, nein, wir waren, aber wir waren es ja halt tatsächlich überhaupt auch nicht so. Ich meine, na klar, hast du eine, würde ich fast sagen, eine massierte Fünferkette, die die Fürther da spielen und dass die natürlich hinten das Ding einigermaßen klar ziehen wollen. Das verstehe ich alles, aber trotzdem, da fehlt uns die Kreativität und vielleicht auch einfach die Durchschlagskraft, dem Ganzen irgendwie, ja, das Ganze zu durchbrechen. Und da muss ich auch sagen, natürlich ist es schon so, dass mir ein bisschen Frustration eigentlich nach einem Hype dann irgendwie, ja, nicht abhanden kommt, sondern eigentlich präsent ist, weil jeder hat gedacht, okay, jetzt ist endlich wieder volle Hütte, jetzt geht es wieder richtig vorwärts und auf dem Platz konnte man das halt so nicht umsetzen. Ja, ich finde es doppelt ärgerlich halt, auch wenn du dir halt die anderen Spiele an dem Tag anguckst. Du hast vorhin Union Köln angesprochen. Dadurch, dass Union jetzt gegen Köln gewonnen hat, sind die ja beide jetzt auch nicht irgendwie großartig weit weg. Offenheim auch nicht so richtig irgendwie in einem Flow drin, hat jetzt gegen Bochum am Wochenende verloren. Also es wären halt einfach wahnsinnig wichtige Punkte gewesen, zumal du dann nach hinten raus, dir Mainz und, wie heißen sie hier, Gladbach, hättest noch so ein bisschen vom Leib halten können, die ja jetzt auch Punkteteilung betrieben haben. Also das ist halt wieder so ein typischer Spieltag. Alles spielt eigentlich für die Eintracht. Du hast alle Karten auf dem Tisch. Du weißt einfach, okay, wir brauchen ein Tor. Wir müssen dieses Ding irgendwie über die Bühne bringen. Wir nehmen die kompletten drei Punkte weg. Wir müssen uns nach dem einen Tor nicht großartig anstrengen, weil, sind wir mal ehrlich, hätten wir in der 20. Minute das Tor geschossen, hätte jetzt Fürth auch kein Offensivfeuerwerk gestartet und hätte versucht, da irgendwie auf Sieg zu spielen. Also von daher, dieses eine Ding machen, dann eklig einfach die 90 Minuten runterspielen, will wahrscheinlich keine Sau sehen, hätte aber gut in den Plan gepasst, die Kräfte jetzt für den Donnerstag zu sparen, die Punkte mitzunehmen, dir nach unten hin ein bisschen Luft zu verschaffen und halt einfach an Köln und Union vorbeizuziehen, um dann mit, was wären es dann gewesen, drei Punkten Rückstand? Ja, ich glaube, vier Punkten hinter Hoffenheim wären wir dann gewesen. Am Ende da halt irgendwie in Schlagdistanz zu sein und zu sagen, so guck mal, wir können noch was reißen. Da hättest du dir halt einfach eine gute Ausgangsposition legen können und das ärgert mich halt in Summe. Nicht nur, dass die Eintracht scheiße gespielt hat, sondern dass halt einfach alle anderen wieder auf unserer Seite waren und wir es verbockt haben. Ja, definitiv. Selbst genau, selbst Hoffenheim hat verloren gegen Bochum, das sind dann alles Situationen, wo du sagst, okay, das sieht doch ganz gut aus. Da unten wird es ja auch nochmal anders spannend. Also Wolfsburg konnte sich ja nicht befreien, hat gegen Augsburg 3-0 verloren. Das heißt, also die rutschen da auch vielleicht nochmal so ein bisschen in den Relegationsstrudel mit rein. Das könnte für uns auch nochmal interessant werden. Also in positiver Hinsicht, auch Gladbach kann sich ja nicht so wirklich befreien. Die bleiben da auch auf Tabellenplatz 12. Das heißt, nach unten wird nichts mehr passieren. Da bin ich sehr optimistisch. Aber es ist halt so, die fehlende Perspektive hast du halt jetzt. Klar passiert da nach unten hin nicht mehr großartig was. Also ich glaube nicht, dass wir da, du hattest ja beim letzten Mal gesagt, 40 Punkte noch mitnehmen. Das hätten wir jetzt in dem Spiel schaffen können. Mein gut, die zwei Punkte kriegen wir jetzt auch noch irgendwie so raus. Also ich glaube nicht, dass wir uns da großartig irgendwie Gedanken machen müssen. Aber am Ende ist halt auch jeder Platz nach oben hin in der von Basti schon mal angesprochenen Fernsehtabelle halt auch wichtig. Und da wäre es halt schon gut, einfach gegen solche Gegner die maximale Punktzahl mitzunehmen. Indeed. Am Ende war es halt ein Sonntag mit leichtem Nieselregen gegen den Tabellenletzten. Also ja, passt halt auch irgendwie wieder. Ja, aber ich meine, jetzt kommen wir was zu positiveren Dingen, würde ich auch mal sagen. Patricia, auch wenn du das jetzt nur am heimischen Fernseher erlebt hast, muss man ja schon sagen, die Art und Weise, dass man ja wieder neues Gespür auch für dieses Fußballspiel hat. Denn es ist so, neben dem Platz ist eine, ja, eine diverse Gruppierung zurückgekehrt. Und zwar die aktive Fanszene ist plötzlich wieder im Stadion. Und ich glaube auch für dich ein Akt, wo du sagen kannst, man freut sich. Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon ein Riesenunterschied. Also ich finde, man merkt, was gefehlt hat jetzt nochmal, wenn man es dann vor Augen geführt bekommt. Und ja, war schon ganz geil dann auch am Anfang mit den Rauchtöpfen und dem Ganzen drum und dran. So mit einem Knall, würde ich sagen, wieder zurückgekommen. Die ganzen Fahnen und ja, auch wieder die Wechselgesänge und nicht irgendwie so ein halbherziges, wie gesagt, ich will hier keinem was vorwerfen. Jeder hat einfach versucht, die Stimmung zu machen, die er machen kann. Aber ich finde, organisiert hat das halt nochmal einen ganz anderen Effekt. Und ja, das war schon ganz geil wiederzusehen und hat mich auch gefreut. Und ich glaube, auch auf dem Platz. Also ich glaube schon, dass der ein oder andere Spieler, der das ja noch nicht so erlebt hat, ja, da auch mit einem Auge so ein bisschen drauf geschielt hat, zumindest vor Spielbeginn. Ja, wie das denn und so einen kleinen Vorgeschmack, wie das denn jetzt in Zukunft, ja, wahrscheinlich wieder öfter sein wird. Richtig, richtig, dass du es auch ansprichst, denn für viele, auch für Glasner als Coach ist es noch so gewesen, dass er diese volle Kapazität der Eintracht noch gar nicht so wirklich mitbekommen hat. Das ist für ihn auch was Neues gewesen. Endlich wieder, ich meine, davor ja auch im Tal der Gottlosen in Wolfsburg gewesen. Da hast du ja auch nie Fans. Also ist das jetzt mit einer ganz neuen Erfahrung, ja, wirklich mal wieder mit so einer großen Crowd auch zu tun zu haben. Für viele Spieler ist es ebenso faszinierend. Und ich glaube, dass der Extrakick für den einen oder anderen Spieler da auch auf jeden Fall da ist. Klar, es hat nicht hundertprozentig funktioniert, aber ich denke, dass das jetzt trotzdem ein guter Startschuss war, auch irgendwie auch mit weltlichen Problemen gleich wieder beschäftigt gewesen zu sein. Dass man sagt, naja, man hat die Fans hier wieder da und plötzlich spielt die Eintracht trotzdem 0-0-0 und dann regt man sich halt wieder komplett darüber auf. Aber es gehört halt auch dazu, dass man sich halt genau darüber dann auch aufregt, dass die Eintracht halt jetzt wieder 0-0-0 spielt und das war einen Einfluss hat, aber halt auch nicht den Drei-Punkte-Einfluss, sage ich mal direkt. Aber der wird noch kommen, keine Angst. Ja, das glaube ich auch. Also es war zumindestens, also ich kann es ja auch noch vom Fernseher beurteilen, es war halt wieder eine ganz andere Art, Fußball zu gucken. Also ich zumindestens habe diese Atmosphäre, ich meine, ich habe jetzt auch sehr stark drauf geachtet, weil man das halt auch einfach jetzt in den letzten zwei Jahren ja natürlich in der Art und Weise auch am Fernsehen nicht so erlebt hat. Also es war für mich eine komplett andere Art, Fußball zu schauen und eine wesentlich angenehmere Art, Fußball zu schauen. Man war halt auch da einfach mehr angezündet, mehr motiviert, dann da halt auch mitzugehen. Das war halt schon einfach wieder eine ganz andere Geschichte. Ich glaube aber auch einfach so, die Fans müssen sich da jetzt auch erstmal wieder dran gewöhnen. Von daher war es vielleicht auch gut, dass wir dieses Spiel jetzt hatten. Man konnte sich da jetzt ein bisschen ausprobieren und dann mit mehr Energie jetzt auch in den kommenden Donnerstag dann reingehen. Ja, also ich finde es cool und das ist auch lustig, dass das halt gleich wieder so weltlich war, ne? Dass dann halt jetzt nicht, dass du jetzt nicht diesen absoluten Exodus hat, beziehungsweise diese absolute Eskalation hat, dass das so mit einem 5-0 dann jetzt die führt, da weggehauen hast, das hätte natürlich auch gut gefallen, sage ich auch nichts. Aber es ist halt lustig, dass man gleich wieder ein bisschen Normalität, auch Eintracht-Normalität herrscht, ne? Dass man hier wieder gleich zum kleinen, trotteligen Kellner wird, der das auf dem Silbertablett servierte drei Punkte nicht mitnimmt, ne? Ja, aber ich glaube, ein Tor wäre halt schon nochmal so eine Eruption da im Stadion gewesen, wenn man da nochmal ein Tor erlebt hätte an dem Tag. Also ich glaube schon, dass das nochmal so ein bisschen zusätzliche Motivation gebracht hätte. Ja, aber gut. Dann muss das halt am Donnerstag her. Ich meine, wir hatten ja schon gesagt, vielleicht ist so ein Spiel gegen Fürth, ist irgendwie ja auch nicht so der große Kracher, um irgendwie mit einem, ja, mit so einer Emotionalität zurückzukommen. Das ist irgendwie so dieser, irgendwie fand ich es bezeichnend als so Zuschauerrückkehr, beziehungsweise so organisierte Fanszene und volles Stadion. Das ist irgendwie beschreibend, bezeichnend für die Bundesliga, dass du dann irgendwie Fürth zu Gast hast. Ich will auch Fürth gar nicht kleinreden, aber es ist einfach so Bundesliga-Alltag und dann spielst du 0-0 und das ist irgendwie für beide Seiten ein sehr unbefriedigendes Spiel. Aber jetzt hast du ja das große Highlight vor dir und vielleicht war das ja noch gar nicht die große emotionale Eruption, die wir uns erhofft haben. Vielleicht kommt die ja noch, wer weiß. Du meinst, es war jetzt eher so Vorspeise vor dem Donnerstag? Ja, genau. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass in dieser Saison halt nicht alles komplett linear läuft. Das haben wir ja immer wieder gesehen, dass diese Saison mit vielen Höhen und Tiefen, zum Glück nicht ganz große Tiefen, aber doch immer wieder auch Durststrecken hat, wo wir über ein paar Spiele hinweg wunderbar brilliert haben. Erinnern wir uns an die Partie gegen Leverkusen, wo wir gedacht haben, meine Güte, Fußball vom anderen Stern. Und plötzlich war das alles wieder sehr weltlich und wir haben gegen Minia Bielefeld weit unter unseren Möglichkeiten gespielt und viele andere Partien ja auch nicht so bestritten, wie man sich das erhofft hat. Ja, und vielleicht ist aber jetzt auch so langsam wieder der Weg nach oben, zumindest auf europäischer Bühne. Erinnern wir uns an den späten, späten Ausgleich, den die Eintracht da gegen Sevilla gerissen hat. Das war ja auch eine kleine, größere Eskalation, kann man schon sagen. Vielleicht sollte das einfach am Donnerstag so weitergehen. Und da ist ja auch was Großes, was auf uns wartet, René. Da ist was sehr Großes. Ich war gerade eben schon, als du Sevilla angesprochen hast, am Überlegen, was passiert, wenn die Eintracht am Donnerstag kurz vor Abpfiff vielleicht noch irgendwie den Sieg oder den Ausgleichstreffer macht. Also ich glaube, da kannst du erst mal ein paar Sitzschalen suchen gehen. Die werden da irgendwie sich an anderen Stellen befinden. Also das könnte schon spannend werden. Ja, also auf jeden Fall ein großartiges Spiel. Und ich finde auch gerade im Ausgleich zu dem, wenn man überlegt, wie das vor zwei Jahren angefangen hat, dass du ja die Situation hattest, in einem Euroleague-Spiel, ich glaube, das war gegen Basel damals, wenn ich das so richtig im Kopf habe, dieses erste Geisterspiel bestreiten zu müssen. dann ist natürlich jetzt die Entschädigung, dass du sagst, so das erste Euroleague-Spiel, wo die Hütte wieder voll ist, ist halt einfach gegen fucking FC Barcelona. Also das finde ich schon eine gerechte Entschädigung oder einen gerechten Ausgleich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also unter dem Niveau hätte ich mich, glaube ich, auch nicht mehr zufrieden gegeben. Hast du aber große Ansprüche. Ich bin sehr zurückhaltend, ich weiß. Naja, auf jeden Fall. Aber es ist schon unfassbar. Allein die Tatsache, dass die Eintracht wahrscheinlich, ich würde schon sagen, Patrizia, wie siehst du das? Viele sagen, das ist ein Jahrhundertspiel. Ist das eine Kategorie, die du mitgehen würdest? Aber ja, würde ich mal ganz gerne wissen von dir. Ja, ist es wahrscheinlich schon. Also man muss halt überlegen, was das für ein Kaliber ist und was die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Eintracht überhaupt auf den FC Barcelona trifft. In einem Pflichtspiel. Da muss schon einiges zusammenkommen. Ja, und in einem Pflichtspiel, nicht in irgendeinem, keine Ahnung, was weiß ich, Money-Benz-Abschiedsspiele oder keine Ahnung. Ja, nee, genau, schon von Pflichtspielen die Rede. Das ist ja schon mal, weil der FC Barcelona eigentlich ja ein Champions-League-Klub ist und da auch den Anspruch hat, dort zu spielen und wahrscheinlich auch normalerweise eigentlich nicht in die Euroleague runterrutscht. Und die Eintracht muss die Euroleague immer erst mal überhaupt erreichen. Also es ist nicht selbstverständlich, dass die Eintracht da dabei ist. Und dass diese beiden Vereine dann auch noch gegeneinander gelost werden in diesem Wettbewerb, der für beide erst mal gar nicht gegeben ist, ist schon, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, würde ich sagen. Von daher, ja, und das ist halt auch, also klar, wir hatten schon Spiele gegen Chelsea oder Inter Mailand, das sind auch große Vereine. Ich finde aber, FC Barcelona ist fast schon noch eine Stufe höher, einfach weil die ja wirklich den Weltfußball auch lange dominiert haben. Also das ist schon eine Nummer. Ja, also ich finde es wahrscheinlich gar nicht mal so übertrieben, wenn man ein Jahrhundertspiel dazu sagt, weil so schnell wird das wahrscheinlich auch nicht wiederkommen. Also man muss halt schon sagen, es hat halt einen sehr großen Kontrast, wie du es gerade eben richtig gesagt hast, Patricia. Eigentlich haben wir hier als Gegner in einer Mannschaft, wo du eigentlich, wenn du allein auf den Zettel guckst, immer sagst, na die sind auf jeden Fall bei der Champions League locker immer in der Runde der letzten vier. Wir reden hier halt auch von einer Mannschaft, die man über Jahre halt nur aus diesem Spitzenfußball kennt, wo halt absolut große Spieler unterwegs waren, die einen Kaderwert heute haben, der viermal so hoch ist wie der von der Eintracht, die irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Milliarden Schulden haben die, 1,5 Milliarden oder irgendwas. Also das sind halt einfach Größenordnungen, die da halt irgendwie sind. Und auf der anderen Seite die Eintracht, wenn du überlegst, wo wir vor ein paar Jahren noch über dieses Relegationsspiel in Nürnberg gesprochen haben und jetzt in einem Pflichtspiel gegen Barcelona, ist halt schon ein enorm großer Kontrast. Also FC Barcelona ist so die Mannschaft, wo du im Zweifelsfall, wenn du auf der Playstation irgendwie FIFA oder Pro Evolution gezockt hast, dann hast du mit dem FC Barcelona gespielt gegen Real Madrid. Das waren dann so Dinge, die du dann da irgendwie gemacht hast. Das ist so der Bezug, den man zu so einem Verein und so der Mannschaft hat. Und jetzt reden wir von einem, von zwei Entscheidungsspielen im Viertelfinale eines internationalen Wettbewerbs, im eigenen Stadion Donnerstagabend, 21 Uhr. Boah. Ist schon eine schwere Nummer. Ja, es ist, was du sagst. Also für mich ist es tatsächlich auch so ein bisschen, es ist irgendwie merkwürdig, weil es sich so surreal anfühlt, weil ich schon lange das Gefühl hatte, dass wir ja diese Auszeit jetzt hatten. Und klar, natürlich gab es die Spiele, auch in der Zwischenzeit waren immer mehr Leute da, 25.000. Es gab ja nochmal diese kleine kurze Phase, wo wir da gar nicht ins Stadion durften, aber man hat ja schon gemerkt, okay, es geht jetzt schon in die richtige Richtung. Aber es hat sich so alles noch ein bisschen synthetisch angefühlt. Also diese originäre Stimmung, wie vor der Corona-Pandemie, war halt noch nicht so wirklich da. Und es war auch, glaube ich, noch nicht in den Köpfen. Und vielleicht kommt es jetzt auch sehr kurzfristig, aber es gibt ja schon gewisse Eruptionen, die man ja auch in Sevilla schon feststellen konnte, wo ja auch die aktive Fanszene da war und wo wir auch schon gemerkt haben, okay, hier weht jetzt gerade wieder ein anderer Wind. Jetzt haben wir gesehen, gegen Fürth ist der erste Schritt wieder gewesen. Und jetzt haben wir natürlich gleich beim Heimspiel gegen Barcelona erneut die Möglichkeit, uns zu präsentieren und vielleicht auf ein, wie soll ich sagen, normaleres Maß auch im Kopf oder in diesem Gefühl zu kommen. Und allein deswegen muss ich auch sagen, in Verbindung mit dieser Wertigkeit des Spiels ist das natürlich was ganz Besonderes. Du hast eben schon angesprochen, das ist ein unfassbar großer Klub. Vielleicht sind sie nicht momentan auf diesem absoluten 1-Plus-Level, weil der Kader vielleicht ein bisschen schwächer ist, das muss man schon sagen, als zu Hochzeiten, da gibt es kein Vertun. De Jong ist immer noch auf der Ersatzbank. Es gibt noch ein paar andere Spieler, die Daniel Alves ist mittlerweile, keine Ahnung, kurz vor der 40 und spielt noch. Also da sehen wir schon, es ist nicht überall. Daniel Alves hat aber auch keine Spielberechtigung für die Euroleague, von daher kann uns das relativ egal sein. Sehr gut, hast du sehr gut mitgenommen. Ja, tatsächlich ist es aber so, dass solche Spieler ja auch immer noch ein Gefühl für den eigenen Verein dann mittragen. Und du hast ja auch andere, auch Busquets beispielsweise, richtig tolle Fußballer. Und auch die nochmal zu sehen, auch im heimischen Stadion zu sehen, ist natürlich schon, da muss ich schon sagen, da habe ich richtig Bock drauf. Unter anderem dann auch Leute wie Pedri und Dembele. Da denke ich mir, oder Dembele, je nachdem wie man den ausspricht, das ist schon, macht schon Spaß. Und auch ein Piquet zu Hause im Stadion zu haben, das ist schon alles richtig, richtig geil. Und ich glaube, man freut sich einfach nur drauf. Ja, vor allen Dingen auf so einzelne Duelle. Du hast ja gerade eben Dembele angesprochen. Barcelona kommt halt einfach mit spielerischer Klasse, würde ich es jetzt mal nennen, mit viel Geschwindigkeit. Und da freue ich mich schon auf dann so, auf so Zweikämpfe wie Dembele gegen Ndika oder gegen Hinteregger, wenn der dann versucht irgendwie hier, weiß ich nicht, Schnickschnack-Fußball zu spielen und Hinteregger halt einfach mal einen Fuß drauf hält. So, also es wird halt schon eine ganz andere Nummer. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen das Mittel der Wahl. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mir zu viel einrede, aber ich glaube, Patricia hat es gesagt, für den FC Barcelona ist das jetzt nicht so das gewohnte Terrain. Das ist so ein bisschen, glaube ich, dann auch bezogen auf die Historie, wo die herkommen, so ein Stück weit vielleicht unter deren Maß, wo sie halt eigentlich irgendwie hinwollen. Die müssen sich natürlich auch auf die Liga noch konzentrieren, da wollen sie noch irgendwie den einen oder anderen Punkt mitnehmen. Also das könnte schon so ein Thema sein und die wollen halt auch schönen Fußball spielen. Da läuft halt auch viel über die Geschwindigkeit. Ich glaube, da kannst du, wenn du dir halt einfach nervst, wenn du da halt auch wirklich aggressiv in die Zweikämpfe gehst, also jetzt nicht irgendwie in Form von, da jetzt irgendwelche Spieler zu Schaden kommen lassen, aber halt einfach konsequent aggressiv in die Zweikämpfe, die entnervst und auf schnelle Konter gehst, weil Platz wird halt definitiv da sein, dann kannst du da halt schon was machen. Du darfst da halt nur nicht entwischen lassen, weil wenn dir halt so ein Torres oder so ein Aubameyang davonläuft, also ich glaube, das Laufduell verliert, dann ein Hinteregger oder ein Indiker auch. Ja, das ist ja klar. Aber darum geht es ja tatsächlich dann auch gar nicht. Also ich meine, wenn du jetzt in die Einzelspieleranalyse gehst, dann muss man schon fast sagen, dass wir ja trotzdem in vielerlei Hinsicht nicht hundertprozentig gleichwertig besetzt sind. Das ist dann halt einfach so. Ja, ich habe es mal drüber nach, was die ausgegeben haben für ihn gerade, ne? Genau, das ist es halt. Allein so ein Aubameyang, die haben halt einen Stürmer. Die haben halt einen Stürmer, ja. Und mehrere, ja. Ich wollte gerade sagen, die haben mehrere. Also die spielen halt im Prinzip mit drei Offensiven, in den Bele kann Tore schießen. ein Torres ist da, ein Aubameyang ist da. Also die haben halt schon einfach ein paar, die da in der Lage sind, Tore zu machen. Ja, das ist klar. Aber deswegen kann es ja, also ich glaube, so Spiele, es macht keinen Sinn, einen 1-zu-1-Vergleich zu machen, sondern da geht es um die Motivation. Und ich glaube, für jeden Spieler der Eintracht ist das halt das größte Spiel, was sie bislang in ihrer Profikarriere, ja, bestritten haben. Vielleicht ist es bei Kevin Drabb ein Stück weit anders, der auch viele Champions-League-Spiele schon hatte. Aber für die allermeisten, du hast es angesprochen, für einen Dika, für einen Hinteregger, ist das so der ultimative Test jetzt. Und das ist halt jetzt so, die sind total heiß wie Frittenfett. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Die hauen wirklich alles auf diesen Platz. Und das ist halt genau die Chance, dass halt die Spieler der Eintracht in beiden Partien um ihr Leben rennen werden, um die möglichst beste Performance ihrer Karriere rauszuhauen. Und dass wir vielleicht die Hoffnung haben, dass beim FC Barcelona, bei dem einen oder anderen Spieler, dessen wenig anders ist, Patricia, oder? Ja, also es ist auf jeden Fall, ich denke schon, von der Motivation her wird die Eintracht da vorne sein. Einfach, weil es für die Eintracht das besondere Spiel ist und nicht für den FC Barcelona. Also Barca spielt ja on a daily basis gefühlt gegen große Mannschaften. Und dann ist halt Eintracht Frankfurt in deren Augen wahrscheinlich nicht so der Krachergegner. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass denen das auch wichtig ist, weil René hat es gesagt, die wollen vielleicht in der Liga noch Punkte holen. Aber ich glaube, das Ding ist fast schon durch. Also die sind zwölf Punkte hinter Real Madrid und haben, okay, ein Spiel weniger. Sagen wir mal, die holen drei Punkte, da sind sie immer noch neun Punkte hinter Real Madrid. Also ich bin mir nicht sicher, inwiefern das noch klappen kann mit der Meisterschaft. Die sind auch schon aus dem nationalen Pokal ausgeschieden. Die haben eigentlich nur noch die Euroleague. Und ich glaube, Barcelona hat halt den Anspruch, einen Titel zu holen. Und wenn es dann halt die Euroleague sein muss. Deswegen würde ich das nicht unterschätzen, wie hoch die das letztendlich hängen. Ich glaube schon, dass die da Ambitionen haben und dass das ja irgendwie auch deren Anspruch ist, wenn schon nicht Champions League, dann zumindest, also dann auf jeden Fall die Euroleague. Das muss ja deren Anspruch sein. Von daher glaube ich schon, dass die auch eine gewisse Motivation haben. Aber klar, so diesen Special Kick, den du kriegst, weil das irgendwie so ein Jahrhundertspiel für dich ist tatsächlich oder du dich vielleicht auch zeigen möchtest als Spieler, dass ich meine, wie viele von den Spielern bei der Eintracht, die jetzt auf dem Feld sind, haben vielleicht als Kind sogar davon geträumt, irgendwie beim FC Barcelona zu spielen. Und dann hast du ja vielleicht diesen kleinen, je nachdem, wie irrational der Gedanke ist, aber du hast diesen kleinen Gedanken, was ist, wenn ich mich hier richtig gut präsentiere, vielleicht stehe ich ja bald auch auf dem Zettel so. Also das darf man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen, dass das ja für die Eintracht einfach einen höheren Stellenwert am Endeffekt hat. Deswegen ja, bin ich gespannt, wie man sich da präsentiert. Und man darf ja auch nicht außer Acht lassen, das ist halt für die Eintracht ein komplett anderes Spiel, als zum Beispiel Fürth, aber auch für Barcelona. Also ich finde schon, der Fußball in Spanien und in Deutschland unterscheidet sich. Und wenn die Eintracht es schafft, irgendwie Barcelona vielleicht unangenehm auf den Füßen zu stehen oder die irgendwie so zu ärgern, auch körperlich dagegen zu halten, kann das die vielleicht auch entnerven. Ich weiß es gar nicht so genau. Also ich habe immer das Gefühl, bei so Mannschaften mit vielen feinfüßigen Spielern, die auch wirklich ihr Spiel spielen wollen, kommst du immer gut damit weg, wenn du die wirklich sehr früh störst und denen ständig auf den Füßen stehst, weil dann sind die genervt und dann werden die verunsichert und dann witterst du vielleicht auch selbst deine Chance. Ich glaube, was ihr beide angesprochen habt, diese Geschichten, die da halt irgendwie stehen können, die sind halt bei der Eintracht irgendwie größer. Also wenn du halt am Ende sagst, als Spieler bei Barcelona, jetzt nehmen wir mal, okay, Alves spielt nicht, aber Alba zum Beispiel, der ja dann wahrscheinlich da irgendwie auf links spielen wird oder ein Piquet, ja, da hast du halt am Ende gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Aber wenn du halt zum Beispiel, nehmen wir mal Tuta, der vor anderthalb Jahren hier in diese Mannschaft reingerückt ist, als Nachfolger von einem Abraham, wo alle so ein bisschen irgendwie am Zweifeln waren oder nicht am Zweifeln, aber unsicher waren und dann kannst du halt am Ende sagen, naja, ich habe halt im Viertelfinale gegen Barcelona dafür gesorgt, dass Dembele ein Tor nicht gemacht hat, weil ich ihm halt irgendwie im 16er den Ball vorm Fuß gegrätscht habe. Also allein diese, wenn du jetzt drüber nachdenkst, wie diese Geschichte werden kann, ist halt irgendwie Motivation gleich fünfmal so hoch. Ja, genau das ist es. Eine krasse Motivation für jeden einzelnen Spieler. Und es geht natürlich auch hier um eine gewisse Mehrschichtigkeit, denn natürlich ist es so, dass der ein oder andere Spieler, über den wir immer wieder sprechen, und der ein Leistungsträger bei uns ist, dass der vielleicht dann noch ein Vertrag gerade am Aushandeln ist, sei es bei der Eintracht oder anderswo, wo er sich natürlich mit zwei tollen Partien gegen den FC Barcelona noch mal anders positionieren könnte. Wir haben eben über Endika gesprochen, bei dem wir ja alle mehr oder weniger davon ausgehen, dass er über den Sommer hinaus nicht bei der Eintracht ist. Dann wissen wir natürlich auch, okay, aber wenn er jetzt zwei herausragende Partien gegen Barcelona macht, wo er die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann kann das natürlich schon sein, dass der ein oder andere absolute Top-Klub so sagt, das gucke ich mir vielleicht doch nochmal an. Vielleicht müssen wir die leidvolle Erfahrung machen und Kostic entweder sich das wieder so brilliert, dass es wieder schwierig wird, ihn zu halten. Das müssen wir abwarten. Aber man muss sich in die Lage der Spiele reinversetzen und dann glaube ich, ist das das absolut Beste, was passieren kann. Und die Aggressivität, die Patricia angesprochen hat, die Unbequemheit, dieses ungemütliche Verhalten auf dem Platz, das muss die Eintracht natürlich auch wirklich wieder zeigen. Aber ich glaube, das geht halt auch noch besser, indem du eine Stimmung hast, eine merkwürdig auffressende Atmosphäre, wo es vielleicht lange 0-0 steht und dann hast du eine komische Situation, alle regen sich auf in der 80. Und dann passiert ja nochmal was. Diese Magie innerhalb eines Stadions, innerhalb eines vollen Stadions, gerade bei den Fans der Eintracht, das ist etwas, das können wir hier nicht prognostizieren, aber darauf können wir hoffen. Und das sind vielleicht so die paar Prozent, die dann am Ende mit ganz viel Glück am Donnerstag die Partie noch offen halten, dass du sagen kannst, okay geil, jetzt fahre ich nochmal nach Barcelona und gucken wir ein Spiel an, bei dem noch nichts offiziell gelaufen ist. Wie geil kann das sein? Das wäre auf jeden Fall die beste Variante, dass halt da alles offen bleibt und wir es dann tatsächlich in Barcelona irgendwie klar machen. Ich würde dir auch tatsächlich folgen und sagen so lange wie möglich irgendwie 0-0. Ich glaube auch, dass dann Barcelona ein bisschen genervter wird und bei uns die Motivation wieder steigt und das wird auf jeden Fall mit den vollen Rängen, mit zumindest zu erwartenden, gigantisch großen Choreo vor dem Spiel wird es eine ganz, also es wird so eine typische Fußballatmosphäre, das was man eigentlich an so einem Donnerstagabend bei so einem Spiel haben will, schon fast so ein bisschen Finalspiel, Vibes. Also das wird groß. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut. Genau das wird es und ich freue mich auf ein volles Stadion, ich habe richtig Bock und im Endeffekt würde ich trotzdem aber auch, wenn wir uns die Aufstellung angucken, gar nicht unfassbar viel verändern zu den Partien zuvor, weil, ich sage mal so, Hintegger, klar, wieder rein, Hasebe, raus, aber so viel besser wird es nicht, oder Patricia? Nee, ich glaube wirklich nicht, also ich würde da auch gar nicht viel dran ändern, das hat jetzt einigermaßen funktioniert, klar, das Tore schießen, üben wir nochmal und so weiter und so fort, aber alles in allem, so die Ansätze und das Zusammenspiel funktioniert und vor allem auch der Abwehrverbund, was ja auch gar nicht mal so unwichtig sein wird gegen Barcelona. Ich glaube, da wird der ein oder andere schon durchs Mittelfeld kommen, von daher, ja, auch ein guter Kevin Trapp wird gefragt sein, also der ist zum Glück in guter Form aktuell und ich glaube, der wird einiges zu tun haben, von daher, nee, ich glaube, bei der Aufstellung würde ich gar nicht viel dran ändern, auch wenn Boree mir in letzter Zeit, ehrlich gesagt, nicht so gut gefällt, also klar, er arbeitet viel und so weiter und so fort, das macht er auch gut, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das mit den Laufwegen funktioniert bei ihm nicht so gut, also er positioniert sich einfach nicht gut und ich habe auch das Gefühl, seine Mitspieler sind hin und wieder ein bisschen entnervt davon, also es gibt so die ein oder andere Geste in seine Richtung von wegen, wo bist du schon wieder, warum bist du jetzt nicht gelaufen und ich habe so das Gefühl, er hat das noch nicht so ganz drin, wo er wann hinlaufen soll und vielleicht kommt es noch, aber ja, aber es ist aktuell wahrscheinlich trotzdem die beste Wahl, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich weiß nicht, Pacenz ja vielleicht, weil Lammers sehe ich leider nicht, aber so sehr man sich das vielleicht wünschen würde, dass er doch nochmal irgendwie das Comeback startet und bei der Eintracht durchstartet, aber ich sehe es aktuell nicht. Nee, ich verstehe, also ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich muss auch sagen, das macht ja auch gar keinen Sinn, also jetzt Lammers irgendwie da vorne hinzusetzen, ich glaube, der tut mir doch auch keinen Gefallen, wenn der kommt dann aus einer Einwechslungssituation, dann passt das. Ich muss auch sagen, Pacenz ja, was du ansprichst, Boré gefällt mir den letzten Partien auch überhaupt nicht, das ist irgendwie ärgerlich, da ist sehr viel unglückliche Situation dabei, ich habe das Gefühl, dass er in seinem Kopf gerade auch vielleicht nicht hundertprozentig dabei ist oder nicht, also es funktioniert nicht so hundertprozentig, Pacenz ja hat für mich gegen Fürth ein besseres Spiel gemacht, hat er auch ein paar Chancen sogar gehabt, klar, aber das muss halt ein Oliver Glasner entscheiden, ob er jetzt in dieser schwierigen Situation halt den Wechsel macht, ich kann es verstehen, wenn er sagt, er bleibt genau dabei. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwas dran ändern würde, gut, ja, Boré hat jetzt einfach auch unwahrscheinlich viele Spiele in den Knochen, der hat ja nicht wirklich eine richtige Pause gemacht und diese anderthalb Wochen Winterpause, da kannst du ja jetzt auch nicht wirklich damit reinrechnen, also der spielt ja jetzt auch seit anderthalb Jahren quasi durch, aber in dieser Dreierkonstellation und auch in Anbetracht des Gegners, wo wir ja jetzt auch schon sehr intensiv drüber gesprochen, glaube ich nicht, dass ich da irgendwas dran ändern würde. Also alle Alternativen, ja, Paciencia war gegen Fürth, glaube ich, dann richtig da diesen Wechsel zu machen, aber Fürth ist halt auch ein komplett anderer Gegner als Barcelona. Ja, das ist, ja, ich glaube trotzdem, dass Paciencia in der Zeit, in der Folgezeit, durchaus ein interessanter Wechselkandidat ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Wir haben ja auch Europa Cup Paciencia, aber auch schon öfter gesehen, Patrizio. Ja, ich meine, den kannst du natürlich jetzt auch irgendwie in der 80. oder in der 70. dann einwechseln, um da nochmal irgendwie ein bisschen Druck zu machen, wenn es jetzt irgendwie 0-0 steht, dass du vielleicht auch mal bei, bei einer Flanke, bei einem Eckball, bei einem Freistoß mal noch irgendwie ein bisschen Varianten hast. Das bindet natürlich auch in Paciencia ganz anders Spieler, als es in Borei jetzt halt irgendwie tut. Und ich glaube auch, dass die Motivation bei ihm da auch entsprechend hoch sein wird. Aber für die Startelf würde ich jetzt davon ausgehen, dass das alles so ist, wie es bisher war. Einziger Erwechsel, wie du gesagt hast, Marvin Hasebe raus, hinter Erger rein. Und das würde dann am Ende wahrscheinlich auch so sein, für die Startelf. Ja, die Frage ist halt trotzdem, Patrizio, will ich dich nochmal fragen, wir haben ja jetzt über Kamada auch kritisch gesprochen. Klar, die Option ist natürlich immer wieder, dass wir jetzt den Europacup Kamada zu Gesicht bekommen. Auch auf Europacup Kamada warten. Was meinst du? Ja, also schon. Also für mich sogar schon alternativlos fast. Also klar, ein Hauge, kann da reinrücken, glaube ich aber nicht, ehrlich gesagt. Und auch nicht von Anfang an. Vielleicht auch eher so ein Wechselkandidat. Ich würde auf jeden Fall Kamada aufstellen und einfach hoffen, dass es der Euroleague Kamada ist mal wieder. Was ich mir aber auch gut vorstellen kann, weil das auch für ihn ein großes Spiel. Und er ist ja auch einer dieser Kandidaten, die sich auf jeden Fall zeigen wollen, glaube ich. Von daher mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht so große Gedanken, dass das da schiefgehen könnte. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der wird wieder ein gutes Spiel abliefern, sobald da irgendwie Euroleague-Atmosphäre ist und ein anderer Gegner als ein Bundesliga-Gegner, da ist er dabei. Ich glaube, also irgendwie, bei ihm habe ich ein gutes Gefühl, wenn er am Donnerstag auf dem Platz steht. Mhm. Verstehe ich. Ja. Gehe ich mit. Und dann hoffen wir, dass das Vertrauen, was wir in ihn stecken, auch ausgezahlt wird. Ja, jetzt ist Game-Time Kamada. Das wird jetzt halt Zeit. Das ist jetzt die beste verfügbare Aufstellung, die wir gerade haben. Und die muss liefern. Und natürlich ist jetzt kein so hoher Anspruch. Niemand wird jetzt irgendwie sauer sein, wenn die Eintracht gegen Barcelona nicht bestehen kann. Aber man sollte es zumindest probieren. Ja, ich glaube, ich bin einfach froh, wenn, also, klar, man hofft auf den Sieg, aber ich wäre auf keinen Fall böse, wenn es nicht klappt. Mein Gott, das ist, man muss immer noch überlegen, was das für ein Kaliber ist und wie die sich auch gefangen haben. Also, die war, Barcelona war wirklich nicht gut eine Zeit lang, aber seit Xavi da jetzt Trainer ist, der hat die schon einmal rundum erneuert gefühlt. Und jetzt läuft es halt wieder. Das ist halt schon einfach ein Top-Klub. Und wenn es da, dagegen schief geht, finde ich nicht schlimm. Was ich schlimm fände, wenn man sich irgendwie, ja, doof präsentiert, also irgendwie, keine Ahnung, da rauskommt und kuscht und irgendwie schon zeigt, man hat Angst vor diesem Gegner. Ich würde mich, also, was ich mir wünsche, ist einfach, dass du den Kampf annimmst, dass du mit Freude da reingehst, ein gutes Fußballspiel lieferst, versuchst mitzuhalten, soweit es geht. Und, klar, mit etwas Glück, da muss, machen wir uns nichts vor, Glück musst du haben und da muss auch alles zusammenlaufen. Vielleicht kannst du sogar irgendwie was mitnehmen, vielleicht kannst du gewinnen, vielleicht kannst du aber auch ein Unentschieden hilft schon. Muss man sehen, aber mein Wunsch ist einfach, dass sich die Eintracht würdig präsentiert und ich mache mir da irgendwie auch keine Sorgen, dass sie es nicht tut. Also, ich glaube schon, dass sie auf den Platz gehen werden und zeigen werden, warum sie in der EuroLeague sind und dass sie ein gutes Team sind und dass sie auch Bock auf den Wettbewerb haben, weil da hatten wir eigentlich in der letzten Zeit keine Probleme mit. Also, von daher mache ich mir da keine Gedanken und das ist auch eigentlich alles, was ich mir wünsche und dann klar, ein Unentschieden oder sogar ein Sieg sind dann ein Bonus obendrauf. Auf jeden Fall. Das ist der Bonus, bei dem wir alle nur hoffen können, ob das dann so wirklich kommt, das müssen wir abwarten. Aber ich glaube, genau dieses Fußballfest zu zelebrieren, bin gespannt, was passiert. Ich weiß nicht, was die Ultras oder die aktiven Fans in den Grundsätzlich geplant haben, ob es vor dem Spiel ein bisschen was geben wird. Das eine oder andere könnte ja passieren. Da lasse ich mich auf jeden Fall fallen und freue mich und mache gerne mit. Das wäre schon eine tolle Sache. Vielleicht gibt es ja auch mal wieder ein paar Choreospenden, Töpfe, die irgendwo aufgestellt werden. Da kann man ja dann auf Kanäle von euch, der auch ins Stadion geht, da den einen oder anderen Euro reinwerfen. Das schadet nicht, weil auch das sind natürlich Situationen, die müssen erst mal wieder auftauen. Wir haben das über Jahre hinweg, über roundabout zwei Jahre war es jetzt so, dass die Leute nicht dazu kamen und weil es einfach keinen Sinn mehr gemacht hat, irgendwelche Choreos großartig zu präsentieren und aufzubauen. Auch das muss jetzt erst mal wieder starten, wie wir das alles alle kennen, beispielsweise das für viele Vereinsarbeit irgendwie weggefallen ist über zwei Jahre, weil halt Vereinsarbeit gab es jetzt in einem größeren Rahmenfalls nicht. Viele Veranstaltungen gab es nicht. Auch da müssen viele Freiwillige erst mal wieder reinkommen. Genauso ist es halt auch bei der aktiven Fanszene. Die waren zwar immer da, haben aber jetzt nicht so viel, sag ich mal, mit Choreos gearbeitet und das fängt jetzt wieder an. Und wenn es da vielleicht die Möglichkeit gibt, ein paar Euro zu spenden, bin ich da sehr zufrieden und würde mich darüber freuen, in der Hoffnung, dass man dann auch wieder ein bisschen dieses Feuer anzündet und man wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt haben wir halt auch April 2022. Ja, und ich fände, das wäre auch ein wichtiges Signal in Richtung der Fanszene zu zeigen, dass sie einem, dass sie halt auch wichtig für den Rest sind. Das kommt ja dann auch noch hinzu. Fände ich gut, wenn es da was geben würde. Was ist denn euer Tipp für den Donnerstag? Ja, also es ist ja natürlich schwierig. Ja, ich sag mal, ich sag einfach mal eins zu eins. Ich muss ja sagen, ich bin ja ein bisschen immer noch verärgert darüber, dass es ja keine Hinspiel-Rückspiel, also dass es keine Auswärtsvorregelung mehr gibt, weil wir müssen ja überlegen, ich glaube, Barcelona hat die letzte Niederlage irgendwann im Januar gehabt, ist jetzt doch schon eine Weile her und wenn wir irgendwie sagen, wir wollen weiterkommen, werden wir ja mit zwei Unentschieden hier vielleicht 0-0, dort ein 2-2 ja auch ganz gut bedienen können. Das geht so nicht mehr. Deswegen, tja, also ich sag mal hier, ich bin mal ein bisschen optimistisch und sag, dass wir hier aus irgendeinem Grund ein 1-1 machen und dann mal schauen, wie das Rückspiel läuft. Darf ich mich dem anschließen oder muss ich mir noch einen anderen Tipp überlegen? Weil das war auch mein erster Gedanke. Weiß, was das Problem dabei ist, meiner auch. Weil ich wollte halt nicht, also klar kann ich jetzt auch sagen, das wird ein 2-1 für Barcelona, aber ich will das nicht sagen und ich bin aber auch noch nicht so weit, da einen Sieg für die Eintracht zu tippen. Deswegen war ich beim 1-1. Ja. Du, Dennis ist nicht da, der ist der Einzige, der hier immer dann meckert, von daher darfst du auch gerne das Gleiche tippen. Gut, dann machen wir, machen wir so einen gesamtheitlichen Tipp. Einfach, wir alle tippen 1-1. Wir tippen alle 1-1. Auch okay. Ist doch ein guter Tipp. Also das wäre ja schon ein Riesenerfolg, wenn die Eintracht zu Hause 1-1 gegen Barcelona erreichen könnte. Stell dir mal vor, wie Leute dann noch mehr angezündet sind. Das Ding ist, das müssen wir, weißt du, die Sache ist die, wir leben gerade in einer Zeit, in der es so viel Schwieriges auf dieser Welt gibt. In der so viel Komplex ist, in der die Ukraine-Krise alles überschattet. Wir haben Corona noch nicht besiegt. Jetzt haben wir zwar viele Lockerungen und die werden auch angenommen. Aber gleichzeitig sind sau viele Menschen irgendwie gerade erkrankt und so weiter und so fort. Zum Glück mit milderem Verlauf. Aber es ist trotzdem so, dass wir immer noch vor komplexen Situationen gerade stehen und erst mal klarkommen müssen und vielleicht so eine gewisse, auch in dieser schwierigen Phase, auch durch die Ukraine-Krise, ein bisschen Lockerheit auch bekommen. Weil du brauchst Lockerheit in deinem Alltag, um auch wieder Dinge leisten zu können. Es wird einiges auf uns zukommen und so weiter und so fort. Aber das kriegt man alles hin, wenn man auf der anderen Seite die Möglichkeit hat, auch wieder seinen Hobbys zu begegnen, ein bisschen Freude zu entdecken oder auch zu haben. Und ich glaube, für uns solche Spiele, und jetzt gerade diese Feierzeit, unglaublich wichtig. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir die zwei in einer richtig geilen Woche haben, dass wir zwei geile Spiele haben, Hinspiel mit einem 1 zu 1, wäre herausragend, das passiert. Und dann stell dir immer vor, wie viele Fans dann sagen, okay, ich habe zwar noch kein Ticket oder keine Ahnung, vielleicht bekomme ich auch keins, aber ich muss trotzdem, wie das übrigens auch gegen Porto war, als wir seit langer Zeit dann wieder europäisch unterwegs waren, erst Bordeaux, dann Porto. Und da war es ja tatsächlich auch so, da sind ja auch ein paar Fans hingereist, die gar keine Karten hatten. Und ich kann mir vorstellen, Barcelona wird ein Riesenrun, wird ein Riesenrun, da werden 10.000, 15.000, wer weiß, wie viele Tausend Fans von der Eintracht da sind. Stell dir mal vor, wir machen da ein Unschied, dann buchen sich wahrscheinlich nochmal ein paar Leute über einem Memmingen, Flieger nach Barcelona und dann mal schauen, wie viele dann am Ende dort sind. Ja. Ja, auch einfach dieser Moment, stell dir einfach vor, das wäre halt das erste Tor wieder vor voll ausgelastetem Stadion, was fällt und dann halt gegen den FC Barcelona, wenn du 1-1 spielst, keine Ahnung, du liegst 1-0 zurück, denkst dir, naja, wie erwartet, Barcelona ist besser und dann macht die Eintracht den Ausgleichstreffer oder so, meinetwegen auch noch irgendwie in der 90. Minute. Wie geil muss das denn sein? Also, du kannst ja gar nicht beschreiben, was da für eine Emotion freigesetzt wird. Also, da kann schon viel Cooles passieren und es wird auch schon gut, wenn du, keine Ahnung, 4-0 verlierst. Das ist, also, es wird so oder so gut und ich glaube, man muss sich jetzt einfach darauf freuen und annehmen, dass das irgendwie was Großes ist, was diesem Verein gerade passiert und ich glaube, sich darüber freuen und dann das Ergebnis mal schauen, was geht. Also, das steht wahrscheinlich noch in den Sternen. Ich kann es gar nicht einschätzen. Also, das kann komplett schief gehen, kann aber auch irgendwie eine Überraschung geben. Ich meine, gegen Sevilla waren auch nicht alle extrem positiv eingestimmt und letztendlich ist man weitergekommen. So ist es auf jeden Fall. Genau das müssen wir so mitnehmen. Ja, also. Wir haben auf jeden Fall Möglichkeiten, wenn wir das Hinspiel so ein bisschen durchziehen und dann im Rückspiel irgendwie entweder früh das 1-0 und dann einfach 70 oder 0-1 in dem Fall und dann einfach 70 Minuten durchzittern oder ganz spät und dann einfach quasi das komplette Stadion da in Barcelona zum Explodieren bringen. Also, es wird auf jeden Fall auf jeden Fall großartig. Einfach genießen. Einfach genießen. Warum kann das nicht schon morgen sein? Jetzt habe ich keinen Bock mehr zu warten bis Donnerstag. Tja. Das ist jetzt doof. Warten war noch nie meine Stärke. Jetzt erst recht nicht. Super. sitze ich dann zu Hause auf der Couch und weine leise vor mich hin, dass ich nicht im Stadion bin. Weinen ruhig laut und mache einfach den Fernseher noch lauter. Dann, als du die Eintracht-Fans noch besser hören. Insofern passt das auch. Ja, muss ich mich wahrscheinlich sowieso wieder hier ins Büro verziehen, weil mein Hund sich immer beschwert, wenn ich dann laut den Fernseher anbrülle, weil irgendwas entweder sehr gut funktioniert hat oder sehr schlecht. Kriege ich dann immer Ärger vom Hund, der mag das nicht. Aber Gott, muss ich durch. Gibt Schlimmeres. Ja, und dann nächste Woche auswärts in Barcelona. Marvin, du bist vor Ort und machst Europareisen mal wieder. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Also wir haben das alles geplant und das ist eine schöne Angelegenheit, dass wir Dienstag, Mittwoch bis Sonntag dann da sind und ja, das Wetter wird hoffentlich, hoffentlich auch gut, wie es in Barcelona dann ja meistens da schon der Fall ist. Ich war nicht zwar nur einmal dort, aber auch eine Woche und da habe ich glaube ich nur Sonnenschein gehabt und da habe ich die Hoffnung, dass wir ein paar Eintracht-Fans sehen, eine gute Zeit haben und im Endeffekt ist das halt auch geil, weil es ist ja fast egal, wie dieses Ergebnis dann am Ende ausgeht. Du hast ein Erlebnis und endlich, dass wir mal wieder dieses Erlebnis haben, dass wir wieder viele Eintracht-Fans sehen, dass wir irgendwie, keine Ahnung, in einer tollen Stadt, in einer wunderbaren Stadt irgendwie auch sein können und dann abends, am Donnerstagabend dieses Stadionerlebnis, ja, dieses herausragend, ja, legendäre Stadion auch genießen können, ja, ich meine, ich habe immer nur davon gehört, ich war zwar mal in Barcelona, aber war trotzdem nicht im Stadion, das war für mich auch einer der absoluten To-Dos, wirklich mal ins Camp Nou zu kommen, so, jetzt komme ich dahin zu einem Pflichtspiel, um meiner geliebten Eintracht dabei zuzusehen, wie sie, egal auch immer, spielt, das ist schon grandios und darauf freue ich mich einfach und das werden ein paar Festtage, um auch so ein bisschen der Realität oder dem Alltag zu entfliehen. Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut, um jetzt einfach nach diesen zwei Jahren auch diesen Speicher mit Erinnerungsmomenten wieder aufzufüllen und das ist ja einfach prädestiniert dafür, dass es da eine ganze Reihe von Erinnerungen, wo man die nächsten Jahre dann auch wieder von zehren kann, dann gibt. Es ist schon krass, es ist schon krass, wenn du dir überlegst, welchen Step die Eintracht kontinuierlich gemacht hat, dass wir kurz vorm Abstieg waren, dass wir die Relegation überstanden haben und dann eigentlich, ja, wir haben auch in dieser Saison Probleme, über die man reden muss, wir reden über die Defizite im Sturmbereich, alles schon und gut, aber am Ende ist es trotzdem so, dass die Eintracht auch jetzt in dieser Saison wieder kein Problem mit dem Abstieg hat, dass die Eintracht auch jetzt in dieser Saison Spiele hat wie Lindström und Co., die sich noch weiterentwickeln werden, dass wir mit aller Wahrscheinlichkeit einige Spieler wieder verkaufen müssen, aber auch zu einem hohen Preis verkaufen können. Ich erinnere noch, als Kevin Doppel plötzlich irgendwann verkauft wurde und das war dann seit langer Zeit mal jemand, der mit großem Geld dann verkauft wurde, das hast du ja ganz selten gehabt. Wir kommen mittlerweile immer mehr in diese Sphäre und trotz der ganzen Widrigkeiten, trotz der ganzen Situationen, dass es halt Quatschvereine wie Wolfsburg gibt, dass es ein erbärmliches Hoffenheim gibt, dass es Red Bull aus Leipzig gibt, dass es all diese Kontrahenten im Alltag gibt und wir uns immer wieder sogar für den europäischen Wettbewerb qualifizieren können. Das ist herausragend und das wird dann so brillieren. Da muss man schon sagen, da haben wir momentan trotz allem, was irgendwie schwierig ist, eine geile Phase für die Eintracht. Ja, schöner hätte ich es nicht zusammenfassen können. Das wird auf jeden Fall, also die Eintracht macht da eine ganz großartige Entwicklung, gerade jetzt in den letzten Jahren und ich freue mich auch mit Blick auf diese ganzen Neuverpflichtungen, die für die nächste Saison jetzt schon feststehen, fast sogar noch ein bisschen mehr zu sehen, welchen Schritt in der Entwicklung die Eintracht dann im nächsten und im übernächsten Jahr noch macht. Ich glaube, da ist auch noch einiges drin. Gibt ja auch mehrere Ebenen, schauen wir mal. So, und zwischen den beiden Euroleague-Spielen, Hinspiel wie Rückspiel, muss die Eintracht dann am Wochenende auch noch gegen Freiburg ran. Was denn so euer Thema für Freiburg und für die Liga? Marvin, du hast vorhin gesagt, so nach unten wird nicht mehr viel gehen, nach oben vielleicht noch. Hilft uns da jetzt Freiburg oder stören die da jetzt an der Stelle eher? Ich glaube, es ist wirklich, es ist schon krass. Also ich meine, überleg dir mal, wir haben jetzt in einer Woche, wir haben jetzt in einer Woche drei Heimspiele. Das ist schon heftig. Also du hast jetzt Fürth gehabt, du warst jetzt Barcelona und dann hast du Freiburg. Das ist jetzt nach der ganzen Zeit, wo überhaupt niemand irgendwo hinkonnte oder nur 25.000, ist das jetzt schon wieder echt krass. Ja, kommt zur richtigen Zeit, weiß ich nicht. Die Eintracht muss sich auch in vielerlei Hinsicht jetzt irgendwie überlegen, will sie denn, wenn sie denn jetzt wirklich noch den nächsten Schritt gehen und wenn du den nächsten Schritt noch gehen willst, musst du dir dann vielleicht wirklich ein neues Konzept überlegen für die Offensive. Ich glaube, dass du mit der Offensive, über die wir gesprochen haben, gegen Barcelona besser zur Rande kommst, aber Freiburg, ich tue mir da extrem schwer, gerade weil wir nicht wissen, wie ausgelaugt sind die Spieler, was haben die gegen Barcelona auf den Platz gelassen. Das kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen und auch nicht seriös beurteilen. Ich glaube allerdings, dass da der Trainer gefragt sein wird, Glasner, auch die Schalter bei den Spielern umzulegen. Weil ich glaube, das sind halt, es ist halt krass, Barcelona, Freiburg. Und das ist nichts gegen Freiburg, aber das würde Freiburg genauso gehen. Aber es ist halt schon ein großer Kontrast. Also du spielst jetzt erst gegen Fürth, Tabellenletzten in so einem Sonntags-0-zu-Null-Spiel, dann spielst du Donnerstagabend zu Hause eins der beiden Jahrhundertspiele gegen Barcelona. Dann hast du Sonntagabend 17.30 wieder gegen Freiburg. Freiburg macht eine super Arbeit dieses Jahr. Die sind Fünfte in der Tabelle. Hochachtung vor dem, was die da seit Jahren im Kaderaufbau, in der Spieleentwicklung machen. Komplett verdient, dieser Fünfte Platz. Die haben sich da richtig reingehängt, das zu schaffen. Aber in diesem Kontrast zwischen diesen beiden Barcelona-Spielen verlieren sie halt einfach, was den direkten Vergleich der Atmosphäre und der Umgebung angehen. Aber ich stimme dir da vollkommen zurecht. Wenn die Eintracht sagt, sie will da jetzt eigentlich, und das war ja zumindest das, was Kröscher auch immer wieder formuliert hat, nach dem Motto, unser Ziel ist weiterhin Europa. Wenn das wirklich das Ziel ist, dann kannst du eigentlich auch bei dem Spiel wirklich nur komplett auf Sieg gehen. Und wie du schon sagst, ist es spannend zu sehen, wie viele Körner haben die Spieler unter der Woche gelassen. Wie ist das Spiel vor allen Dingen auch ausgegangen? Also hast du realistisch dann im Rückspiel noch irgendwie eine Chance, wenn das Hinspiel ein 1-1 ist und alles ist noch irgendwie offen? Dann musst du natürlich auch sehr gucken, wie gehen wir jetzt mit der Energie der einzelnen Spieler irgendwie um? Und dann hast du aber auch wieder mit Freiburg eine Mannschaft, die halt anders spielen wird. Die wird jetzt nicht komplett hinten offen sein und die wird dir nicht unbedingt sehr viel Raum lassen. Die werden auch erstmal aus so einer soliden Defensive heraus da agieren. Da haben wir ja jetzt am Wochenende schon gesehen, mit 70 Prozent Ballbesitz, und einfach irgendwie einer defensiv soliden Mannschaft als Gegner. Das ist jetzt nicht unsere Paradedisziplin. Patricia, hast du eine Lösung? Nö, eine Lösung habe ich jetzt nicht. Aber ja, man kennt es ja, dass die Eintracht auch nach diesen Euroleague-Spielen ab und zu mal ihren Durchhänger hatte. Ja, es ist halt ein undankbar gelegtes Spiel, muss ich sagen. Also egal, ich glaube, es ist schon fast egal, wer jetzt der Gegner gewesen wäre zwischen diesen beiden Spielen. Es ist halt nun mal dieser Abfall von Stimmungen da, der da aufkommt. Aber gut, man muss halt sich auch klar machen, um was es geht. Also klar, die Bundesliga wird nicht besser für die Eintracht, einfach weil man das jetzt gegen Fürth ein bisschen versemmelt hat. Ansonsten wäre das, finde ich, noch mal ein krasseres Spiel geworden gegen Freiburg. Also stell dir vor, du hättest jetzt gegen Fürth drei Punkte geholt, hättest das ausgenutzt, dass alle anderen geschwächelt haben und spielst dann gegen Freiburg, die ja irgendwie auch noch Konkurrenz sind. Also dann wäre man halt, weiß ich gar nicht wie viel, drei Punkte oder so hinter Freiburg, dann wäre das noch mal ein wichtiges Ding gewesen. So bist du halt jetzt aktuell, glaube ich, sechs Punkte dahinter, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, also es ist halt, du kannst auf drei Punkte rankommen. Und es ist trotzdem ein wichtiges Spiel, das musst du dir bewusst machen und musst du irgendwie auch zwischen diese zwei Highlight-Spiele, ja, reinkriegen. Bin mir noch nicht sicher, wie das wird, aber ehrlich gesagt, wenn es dann umgesetzt wird, weil halt die Eintracht wird alles reinwerfen gegen Barcelona, wird sich dann nicht zurücknehmen und dann muss man halt schauen, wie viel Körner übrig sind am Ende und danach geht es ja direkt wieder nach Barcelona. Also, ja, werden anstrengende Wochen, aber irgendwie, weiß nicht, man kann sich ja auch so einen Flow erarbeiten. Also, vielleicht kann man sich da irgendwie in so ein, in so eine Euphorie spielen und das dann so durchziehen und irgendwann anders den Durchhänger haben. Ich weiß es nicht. Wie ihr hört, ich habe keine Lösung, aber man muss halt, ist halt blöd gesagt, aber du musst alle Spiele ernst nehmen und ich glaube, das werden sie trotzdem auch tun, inwiefern das dann auch alles auf, ja, gleichbleibendem Niveau gespielt werden kann, muss man sehen. Ich glaube, du hast jetzt die neuen Punkte Woche ausgerufen und insofern kann die Eintracht das genauso machen. Ernst nehmen, da gebe ich dir vollkommen recht, musst du sie alle, wobei da ja bei diesem Ernst nehmen auch verschiedene Abstufungen möglich sind, aber ja, schauen wir mal. Also es wird auf jeden Fall weiterhin spannend für die Eintracht, auch wenn man sie so die letzten Spiele anguckt in der Liga, da sind ja doch noch ein paar Spiele dabei, auch gegen Mannschaften, die so direkt um einen herum sind. Wir spielen ja noch gegen Union, ich glaube gegen Mainz haben wir das Spiel ja auch noch offen, ne? Also da ist ja noch so ein bisschen, wo wir auch gegen Mannschaften, die so im direkten Tabellenumfeld sich jetzt befinden, also es werden auf jeden Fall noch spannende Wochen für die Eintracht, bis die Saison komplett rum ist und wer weiß, vielleicht hängen wir ja auch noch eine Runde in Europa irgendwie dran, also da kann ja noch ein bisschen was gehen. Auf jeden Fall. Ja. Ich würde euch trotzdem schon mal einen Tipp gegen Freiburg abbringen wollen und ich entscheide jetzt einfach, der 1-1-Tipp, der ist raus, den dürft ihr nicht mehr nehmen. Ja, es ist völlig random, das Spiel zu tippen, bevor wir Barcelona gesehen haben, aber ich mache trotzdem mal 2-0 für die Eintracht. Patricia. Ja, auch sehr random. Ich sage 2-1 für die Eintracht, weil wir ja die 9-Punkte-Woche ausgerufen haben. Ja, das ist sehr schön. Ich hätte nur trotzdem gerne mehr Tore, deswegen sage ich jetzt einfach 3-1. Bleibe damit aber auch in der von Patricia festgelegten Regel der 9-Punkte-Woche, die übrigens erst am Donnerstag beginnt, also nur weil er jetzt fragt, die 9-Punkte-Woche, wir haben nur gegen 4, nur einen Punkt. Ja, wir rechnen von Donnerstag bis Donnerstag. Das ist die Woche, von der wir reden. Ja, die Woche in dem Barcelona-Sandwich. Das Barcelona-Sandwich, da höre ich doch einen Sendungstitel. Sehr gut. Hervorragend. Ja, genau, und wenn wir schon gerade bei diesem Thema Barcelona-Sandwich sind, bevor wir gleich zu den Empfehlungen abtriften, ich habe den schon gesehen, der Marvin hat hier einen Link reingeschickt, den will er bestimmt gleich. Keine Empfehlung. Keine Empfehlung? Ne, ich wollte das mit euch noch kurz ansprechen. Ach so, okay, dann machen wir das trotzdem gleich, aber schon mal so Vorab-Info in diesem Barcelona-Sandwich. Ihr habt es gerade eben von Marvin ja schon gehört, der ist nächste Woche auf dem Weg Richtung Barcelona, Fußball gucken, dann noch irgendwie zwei Tage am Strand liegen und er ist bei weitem nicht der Einzige. Deswegen wird es für uns nächste Woche schwierig, eine reguläre Folge aufzunehmen, nur dass ihr das an dieser Stelle schon mal gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir werden trotzdem versuchen, euch irgendwie mit Content zu versorgen, aber stellt euch schon mal drauf ein, es wird auf jeden Fall keine Dienstags-Live-Aufnahme-Folge geben, sondern eher etwas mit Eindrücken aus Barcelona, aus der Reise, was auch immer, was wir dann im Laufe des Mittwochs euch wahrscheinlich zur Verfügung stellen können, nur dass ihr das schon mal im Hinterkopf abgespeichert habt und dann werden wir aber auf jeden Fall nach dem Barcelona-Sandwich dann wieder eine reguläre Folge machen und dann vielleicht auch der ein oder andere hier ein bisschen von Feierlichkeiten aus Barcelona berichten können. so zumindest die Hoffnung, die da gerade im Raum steht. So, und jetzt haben wir noch das Thema von Marvin, was der hier reingeschickt hat und wenn ich das richtig sehe, dann geht es um die Entwicklung bei der zweiten Mannschaft der Eintracht. Genau, ich wollte eigentlich nur noch ganz kurz mal anreißen, passiert ja momentan relativ viel, wir werden ja nochmal, glaube ich, in einer ausführlichen Ausgabe vielleicht auch gesondert, einfach mal über die neue U21, also die zweite Mannschaft sind nicht die U23 mehr, sondern die U21 der Frankfurter Eintracht sprechen, weil da passiert ja ziemlich viel und ich finde ja auch Interessantes und auch Gutes, was da so passiert, beispielsweise soll es nicht so sein, dass irgendwelche Allstars im größeren Rahmen kommen und sich dann festsetzen, sondern das soll tatsächlich eine Jugendentwicklungsplattform sein, eine Talenteentwicklungsplattform natürlich in der fünften Liga, mit einem Sternchen versehen, aber mit der Möglichkeit, dass dann halt auf mittelfristiger Basis was passiert. was ich interessant finde und ich wollte das von euch mal mitgeben, das gibt es relativ kurzfristig jetzt erst klar geworden, dass die Eintracht jetzt auch Mehrheitsanteile an dem Sportpark Dreieich erwirbt, Dreieich, das ist ja jetzt interessanterweise, sie hatten ja ihre, Hessen Dreieich hat ja die Lizenz zurückgegeben und die Eintracht hat eher eine Lizenz dann beantragt und das hat dann dementsprechend auch ganz gut gepasst, um es mal mit einem kleinen Augenzwinken zu formulieren und das ist jetzt so, dass die Eintracht in Dreieich ihre Spiele austragen will zur Saison 2022-23, also zur nächsten in der Hessenliga, da wollte ich euch mal fragen, wie seht ihr das? Patricia, wie ist dein Tag dazu? Weil ich komme dann mit meinem, aber ich will nur mal lancieren schon, ich finde es ein bisschen schwierig. Ja, interessant, du hast mich da jetzt gerade so auf, mit Neuigkeiten überrannt, ich habe das jetzt bisher noch gar nicht gehört gehabt, Kein Problem, das ist ja der Sinn, dieses Podcast auch mal ganz aktuelle Sachen hier reinzubringen. Ja, also ich finde es ein bisschen weird, ehrlich gesagt, wenn du so Eintracht Frankfurt, du hast auch Frankfurt im Namen und dann, du hast ja eine relativ große Stadt, diverse Stadtteile und dann spielst du halt irgendwo außerhalb, finde ich irgendwie komisch, aber ja, letztendlich hängt das wahrscheinlich auch irgendwie damit zusammen, mit der Lizenz, die die drei Eiche aufgegeben hat und dass die ja sowieso schon mit den Entwicklungen, in den Entwicklungen auch involviert waren. Ja, also klar, man hat jetzt eine Spielstätte, aber ich finde es ein bisschen komisch, dass das nicht in der Stadt ist, also dass du auch, wenn du die zweite Mannschaft sehen willst, dann halt wirklich rausfahren musst, ist jetzt nicht weit, also es ist jetzt kein, ne, also du wirst jetzt nicht, du musst dich jetzt nicht auf zu einem Auswärtsspiel machen, aber letztendlich ist es halt schon jetzt ein Stückchen Fahrt und ja, finde ich komisch, muss ich sagen. Ich glaube, komisch ist das Wort, das es gerade aktuell am besten trifft. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, weil ich meine, natürlich ist es eine coole Sache auch für die Stadt Dreieich und auch den Verein, dass das weiter bespielt wird, es ist de facto so, dass die Eintracht sogar 62,5 Prozent der Geschäftsanteile des Sportstätten in Dreieich übernimmt, also das heißt, da fließt dann auch eine finanzielle Summe, die dann in die Eintracht Frankfurt Stadion GmbH, beziehungsweise diese Anteile gehen dann in die Eintracht Frankfurt Stadion GmbH über, werden dann von ihr gehalten und das ist natürlich schon krass, also 35.000 Quadratmeter ist das Stadion Gelände und das bietet natürlich auch viele Möglichkeiten, man kann auch mal sagen, okay, wenn man vielleicht seine Ruhe haben will, trainiert man mal dort oder so und nicht am, ja, keine Ahnung, vielleicht kann man, vielleicht ist es auch für die Umbaumaßnahmen ganz gut, das kann ich nicht beurteilen, aber die Eintracht hatte ja überlegt oder will ja das Stadion auch ausbauen, vielleicht gibt es da irgendwie, muss man da ausweichen, das kann ich nicht sagen, aber für mich ist es tatsächlich so, dass ich es ein bisschen schade finde, dass die U21 da nicht in Frankfurt beheimatet ist, denn für mich war immer so ein bisschen der Charme der damaligen U23, dass du relativ einfach erreichend zur U23 gehen konntest, zur zweiten Mannschaft und hast dir meistens an einem Vormittag oder an einem Tag, in dem die erste Mannschaft der Eintracht nicht gespielt hat, das einfach schön angucken konntest und das geht mir jetzt und natürlich ist es ein krasses Luxusproblem, aber wir sind ja auch Podcast, können das auch subjektivieren, finde ich das schon ein bisschen schade, dass das nicht so einfach möglich ist und man sich zumindest diese paar Kilometer, ich werde gleich gucken, wie weit es ist, auf den Weg machen kann und sollte. 20 Kilometer. 20 Kilometer. Und siehst du? René? Ich bin auch gerade so ein bisschen am überlegen, du bist natürlich dann jetzt schon sehr verteilt mit allem, also du hast die Profis halt am Waldstadion mit Trainingsgelände und sonstigen Dingen, dann hast du halt hier Riederwald, dann hast du jetzt da drei Eiche, also du bist halt schon so ein bisschen irgendwie verteilt, finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich frage mich halt jetzt, was war der Grund dafür, diese Entscheidung so zu treffen, weil es hätte ja auch durchaus andere Möglichkeiten gegeben. Ich sehe jetzt so in meinem in meinem naiven Gedankending zwei Varianten, entweder hängt das irgendwie mit der Lizenz zusammen, die man dann übernommen hat, Ja, die Lizenz hast du nicht übernommen. Das sollte man nicht verwechseln. Die Eintracht hat offiziell diese Lizenz nicht übernommen. Wurde zurückgegeben von den Profis von Hessen 3 Eich und das wurde ja vor einem Jahr schon angekündigt und natürlich hängt das trotzdem im Großen und Ganzen ein bisschen miteinander zusammen. Ist auch kein Zufall, dass Patrick Ochs, der davor bei der U23, äh, bei Hessen 3 Eich jetzt plötzlich der starke Mann bei der Eintracht ist. Aber so lizenzfrechtlich ist es schon so, dass es nicht übergegangen ist. Okay, das heißt du hast keine Verpflichtungen, die aus dieser Lizenz resultieren, dass du jetzt da die Spielstätte haben musst. Ja, das ist ja das Interessante daran. Dann hätte ich tatsächlich nur noch Variante 2 und da bin ich auch relativ einfach gestrickt und es geht einfach um Kohle, ähm, dass im Zweifelsfall die Stadt Frankfurt da mehr Kohle haben will als die Stadt 3 Eich. Das ist ein sehr gutes Argument, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Also ähnlicher Move, wie es damals ja die Börse gemacht hat, die gesagt hat, wir gehen aus Frankfurt raus, und ziehen nach Eschborn und sparen uns irgendwie 70 Prozent Gewerbesteuer. Vielleicht hast du da eine ähnliche Nummer, dass man sagt, okay, alles mal durchgerechnet, ist es für uns einfach lukrativer, diese 20 Kilometer außerhalb die Spielstätte aufzubauen, weil wir halt in Summe einfach unterm Strich Geld sparen. Ja, das ist, also, diesen Aspekt habe ich noch gar nicht gedanklich behandelt, das kann ich mir aber sehr, sehr gut vorstellen. Ich würde sagen, das sollten wir uns auf jeden Fall in der nächsten Zeit mal genauer angucken, was dann also die Gründe auch sein könnten. Ein bisschen irritiert kann man ja sein, aber zumindest für die Fans, die in Dreieich wohnen, die Eintracht-Fans, ist das natürlich ganz geil, dann könnt die nämlich da hinfahren, ne? Ja. Die Frankfurt-Eintracht sehen. Aber das ist auch so ein Thema, ich freue mich schon irgendwie sehr auf diese zweite Mannschaft zu sehen, was da jetzt so passiert. Auch da sind wir ja wieder an diesem Punkt dieser Weiterentwicklung, zu sehen, wie sich dieses dieses Gesamtkonstrukt Eintracht einfach über die letzten Jahre hinweg entwickelt, professionalisiert hat. Das ist, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, so auch der nächste notwendige Schritt. Ich bin da richtig gespannt und habe da auch richtig Bock drauf, da diese U21 zu sehen und zu sehen, was da vielleicht auch über die nächsten Jahre hinaus heraus erwachsen kann für die Eintracht. Super, ich auch. wird spannend. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Ich glaube, Cheftrainer steht auch noch gar nicht fest, ne? Ne, Daniel Thiemann wurde gerüchtet. Da bahnt sich so ein bisschen was an, aber noch ganz fix ist es nicht. Ich glaube, die sind da auch in engeren Verhandlungen. Mal gucken, wo es hinläuft. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass Daniel Thiemann ein schlechter Guess ist. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja, glaube ich auch. Ja, wird aber auf jeden Fall spannend, werden wir dann auch, wie Marvin gesagt hat, zu gegebener Zeit uns nochmal etwas intensiver mit beschäftigen. Gut, habt ihr noch weitere Themen oder habt ihr noch Empfehlungen, die wir an dieser Spelle erwähnen sollen, erwähnen wollen? Dem scheint nicht so zu sein. Nein. Ja, dann würde ich sagen, haben wir auch unsere Liste an Themen, die wir uns vor heute vorgenommen haben, zur Vollständigkeit abgearbeitet und machen uns dann jetzt auf diesen Weg in dieses Barcelona-Sandwich. Sehr gut. Ich wünsche allen, ich wünsche allen, die sowohl am Donnerstag im Stadion sind oder in der nächsten Woche in Barcelona sind, ganz viel Spaß. meinen Neid habt ihr auf jeden Fall und ich glaube den von Patricia auch. Ja. Feiert da richtig, ja, nehmt alles mit, was geht, am liebsten Tore und Punkte mitnehmen, seid gute Gäste dort unten und wie gesagt, in der nächsten Woche keine reguläre Folge, sondern wir werden versuchen, was zusammenzubauen, sodass wir euch zumindest ein bisschen begleiten können, wie vorhin gesagt, und ansonsten werden wir uns dann nach Barcelona oder nach dem Rückspiel Barcelona und dem darauffolgenden Bundesligaspiel dann wieder in gewohnter Art und Weise zurückmelden und mal so ein bisschen Eindrücke-Revue passieren lassen, uns auf die Liga konzentrieren und vielleicht sogar noch über eine weitere Runde Europa freuen. Wir werden das dann zu gegebener Zeit sehen. Wir wünschen euch bis dahin auf jeden Fall viel Spaß, eine schöne Restwoche und macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.